Im Studio begrüße ich jetzt Professor Markus Rudolf, Rektor der Otto Beisheim School of Management. Herzlich willkommen bei Phoenix. Wie reagiert man als Finanzwirtschaftler, wenn man hört, was sich da in Washington tut und wenn man merkt, wie Europa reagieren will? Was braut sich da zusammen? Wie beurteilen Sie es? Also wir sehen jetzt die Auswirkungen dessen, was Donald Trump unter America First versteht. Das, was nämlich wir heute sehen, ist eigentlich der Schutz einer bestimmten Klientel in den Bundesstaaten, die ihn tatsächlich wählen. Die Stahlwerke, die in den 70er, 80er Jahren viele Tausende von Leuten beschäftigt haben, beschäftigen heute sehr viel weniger. Übrigens genauso, wie das in Deutschland auch der Fall ist. Wir haben ja auch einen Strukturwandel gehabt, haben heute sehr viel weniger Beschäftigte im Ruhrgebiet. Das ist alles nach China gewandert und im Prinzip versucht er, die Zeit zurückzudrehen, indem er Zölle auf Stähle und Aluminium erhebt, um diese Werke wieder zu beleben. Nun ist ein Wirtschaftsberater gestern zurückgetreten, der das offenbar nicht mitträgt. Steht er allein mit diesen Plänen? Nein, weil es relativ uneindeutig ist, ob Herr Trump überhaupt seine Ziele erreicht. Die Weltwirtschaft ist derart vernetzt und wenn wir jetzt hören, dass sozusagen auch Autos beispielsweise mit Zöllen belegt werden sollen als mögliche Vergeltungsmaßnahme auf Maßnahmen, die die EU ergreifen könnte, ist es völlig unklar. Beispielsweise ist das größte BMW-Werk der Welt in Spartanburg in den USA selbst. Und BMW ist der größte amerikanische Autoexporteur. So ist es, genau. Unglaublich, aber wahr. Ja, weil die Weltwirtschaft eben derart vernetzt ist. Das ist sozusagen die Quintessenz des internationalen Freihandels, was eine gute Sache ist, weil es insgesamt mehr Wohlstand schafft. Aber ob Zölle die europäischen Partner, die chinesischen Partner oder die USA selbst trifft, ist überhaupt gar nicht klar. Und deswegen ist der Wirtschaftsberater zurückgetreten. Dann bleiben wir noch kurz beim Stahl. Sie sagen also, in den USA Problem, in Deutschland, ja, in Nordrhein-Westfalen, Ruhrgebiet, Stahl, Problem. China hat die Lücke gefüllt und profitiert und gewinnt und produziert übrigens auch zu viel Stahl. Es gibt ja eine Überproduktion. Natürlich eine Überproduktion. Da ist ja auch für Trump eigentlich nichts zu holen. Das ist ja Vergangenheit. Nein, und zwar deswegen, weil China 50 Prozent des Weltstahlhandels auf sich vereint. Selbst wenn ein kleiner Prozentsatz, wenn in die USA ginge, zu diesen Preisen, zu denen China diese Stähle produziert, wird die USA, ein entwickeltes Land wie die USA oder auch die Europäische Union niemals produzieren können. Im Übrigen neben China ist ja auch Indien mittlerweile ein wichtiger Stahlproduzent, wo noch billiger produziert wird. Was die Europäer tun und vor allem die Deutschen, die ja früher auch große Stahlproduzenten hatten, ist, dass sie High-Quality-Stähle produzieren. Stähle von höchster Qualität. Übrigens, die meisten amerikanischen Autos werden mit deutschen Stählen gebaut, weil sie sozusagen chinesische Stähle dafür gar nicht verwenden können. Und selbst wenn die Zölle 25 Prozent hoch sind, werden die trotzdem den gleichen Stahl verwenden müssen. Das führt nur dazu, dass auch amerikanische Autos teurer werden am Ende. So, jetzt haben wir eben gehört, wie die Haushaltskommissarin in Europa reagiert hat. Frau Malmström, macht Sie das Richtige, diese kleinen Drohungen, keine Harleys mehr oder Strafzölle auf Harleys oder auf Erdnussbutter, klingt nicht sehr dramatisch? Nein, klingt nicht sehr dramatisch, aber die Europäer versuchen, glaube ich, nach wie vor die WTO-Regeln einzuhalten, damit das ganze System nicht zusammenstürzt. Wir haben gehört, dass die Europäer bezweifeln, dass Donald Trump diese Zölle erhebt aus strategischen Gründen, aus Stunden des Gründen des Heimatschutzes. Sie behalten das für eine vorgeschobene Begründung. Und wenn das so ist, kann man dagegen klagen vor der WTO. Allerdings dauert so eine Klage Zeit. Und deswegen muss man sich überlegen, kleinere Nagelstiche, die sofort wirken. Idealerweise auch dort, wo Donald Trump Wähler hat. Und wenn man sich anguckt, wo Harley-Davidson produziert werden, wo Whiskys produziert werden, das sind genau in diesen Midwest-Staaten, wo Wähler von Donald Trump sind. Ich glaube, das ist relativ gut durchdacht. Wir haben vorhin gelingert gehabt, mit dem USA-Korrespondenten zu sprechen in Washington. Sie haben gute Kontakte in die USA. Wie sehr, glauben Sie, spielen die Republikaner noch weiter mit? Im Welthandel? Nein, bei Trumps Politik. Wir sehen ja beispiellose Diskussionen, die wir jetzt haben. Also der Mehrheitsführer im Repräsentantenhaus hat sich diese Woche gegen Donald Trump gewendet und hat darum gebeten, aufzuhören mit diesen Forderungen nach erhöhten Zöllen. Allerdings, wir haben schon auch in der Vergangenheit sehr viel Dissens gesehen innerhalb der republikanischen Partei. Und am Ende ist Donald Trump doch Präsident geworden. Und am Ende hat er auch einen großen Teil seine Agenda durchgesetzt. Also einfach ist es nicht für die Republikaner, aber einfach darauf zu vertrauen, dass ihm die Partei die Gefolgshaft verwehrt. Das würde ich auch nicht tun. Professor Markus Rudolf von der Otto-Weissheim-School, vielen Dank für diese Einordnungen. Danke Ihnen.